Babypuppen Oje, ich hab Fieber. Emily spiel allein, ich bin krank. Ich bin krank. Ich bin krank. Ich bin krank. Ach, ich bin krank. Das war's. UNTERTITELUNG UNTERTITELUNG Spjak Tünen Das war's für heute. Emily, hast du etwa für mich Tee gemacht? Mh, lecker! Dankeschön, Emily! Oh, und aufgeräumt hast du auch! Ah, ich hab kein Fieber mehr! Emily, danke, dass du dich um mich gekümmert hast! Bis zum nächsten Mal! Tschüss!